Musik Hey Leute, was geht? Ich bin's, euer Ortleit und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video hier auf meinem Channel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ihr fragt euch, wieso ich hier gerade einen Spinnenspawn-Eck hab. Ganz einfach, weil es gar kein Spinnenspawn-Eck ist und zwar spawnen das Pferde. Und den Mod könnt ihr euch einfach mal in euer Handy reinziehen. Ihr könnt einfach mal damit rumspielen, was einfach mal richtig cool ist. Leider kann man sie noch nicht reiten, jedenfalls hab ich nichts gefunden. Könnt ihr ja mal vielleicht nach gucken, auf jeden Fall. Richtig cool der Mod, könnt ihr auf jeden Fall mal ein Like belassen. Und ja, Download steht unten in der Beschreibung, könnt ihr euch gleich downloaden. Das war's eigentlich schon soweit von der Beschreibung. Ihr könnt natürlich hier, kann ich euch noch zeigen, es gibt noch mehr Farben natürlich, die ihr noch auswählen könnt. Wir haben hier zum Beispiel schwarz. Oder was haben wir noch für Farben? Hier haben wir noch eine andere, ja, immer noch schwarz, noch ganz schwarz. Dann haben wir noch mehrere Farben, also wir haben wirklich alle verschiedenen Farben, die es so eigentlich an Pferden auch für die PC-Version gibt, was eigentlich immer richtig cool ist. Also, wie gesagt, dafür ein Like lassen, würde ich sagen. Und ja, dann würde ich sagen, das war's soweit von mir, liebe Leute. Heute mal ein kürzeres Video leider, davon habe ich aber nicht so viel. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, von meiner Seite aus. Ciao! Ciao!